Abschließende Zusammenfassung 5. Wir müssen uns nicht aus unseren Problemen herausdenken oder ins Glück hinein. 6. Das Gefühl ist entscheidend und es ist absolut verlässlich. 7. Wir bekommen, was wir sehen. 8. In einem niedrigen Bewusstseinszustand ist es unklug, unserem Denken zu glauben, zu trauen oder zu folgen. 9. Anderen statt unserem Denken zutiefst zuzuhören, gibt uns eine reichhaltigere Erfahrung. 10. Wir wissen nur in dem Maße nicht mehr weiter, wie wir es denken. 10. Danksagungen 10. Danke an alle anderen Lehrer der drei Prinzipien, die dieses Verständnis in der Welt verbreiten und dazu beitragen, so viele Leben zum Besseren zu verändern. 10. An diejenigen, mit denen ich bisher das Vergnügen hatte, zusammenzuarbeiten, im Besonderen auch Gabriela Maldonado, die diesem Buch wundervolle Geschichten beigesteuert hat, ich bin euch sehr dankbar. 11. Ich danke Nancy Greystone, die, während sie mir als Medienberaterin für mein Buch Parenting from the Heart, Kindererziehung vom Herzen, zur Seite stand, mich ganz nebenbei dazu inspirierte, dieses Selbsthilfebuch zu schreiben. 12. Ich danke Pam Parrish, meiner ersten Lektorin, für die Unterstützung beim Schreiben. 13. Und Judy Pransky, Alison Scherer, Chris Washington, Candy Meyer, Georgina Maver, Diane McMillan, Stephanie Watson und Amy Delsimmer, die wichtiges Feedback gegeben haben. 14. Ganz spezieller Dank geht an Dr. Todd Schable und Paul Tomlinson für ihre unschätzbare Unterstützung bei der Erstveröffentlichung. 15. Nicht zuletzt danke ich all den wunderbaren Menschen, die Worte über ihre persönlichen Erfahrungen beigesteuert haben, wie es für sie war, dieses neue Verständnis zu gewinnen und wie ihr Leben sich dadurch gewandelt hat. 15. Sie sind ein lebendiger Beweis dafür, dass diese Herangehensweise Leben verändert. Die Reichhaltigkeit und Tiefe ihrer Geschichten tragen dazu bei, andere zu inspirieren.